In diesem Video zeige ich Ihnen, wodurch sich das eurythmische Schreiten vom normalen Gehen unterscheidet und warum es eine Grundübung der Eurythmie darstellt. Erde, ich spüre dich. Leise berühre ich dich. Beim normalen Gehen geht es darum, wer geht und wohin, was ist das Ziel. Beim Schreiten kommt es mehr darauf an, wie ist man mit sich selbst verbunden, wie bin ich mit der Erde verbunden. Die Verbindung mit der Erde ist für uns Menschen wichtig. Hier mache ich meine Erfahrungen. Hier treffe ich auf die Widerstände, an denen ich mich entwickle. In die Erde kann ich mich nicht hineindrücken. Da drücke ich mich weg davon. In die Erde kann ich mich nur hineinfühlen. Daher ist das Gefühl im Schritt ein Schlüssel, um sich mit der Erde zu verbinden. Und das Schreiten ein Bild für den sich entwickelnden Menschen. Der Schritt im Alltag ist aufs Praktische gerichtet. Die Vorwärtsrichtung dominiert. Schritt und Schritt und Schritt. Und es ist ein digitaler Schritt. Wir gehen auf der Erde vorwärts. Bei der Eurythmie wollen wir beim Schreiten mit unserem Herz Verbindung zum Herzen der Erde aufnehmen. Dafür rollen wir den Fuß beim Abstellen von der Zehe zu den Fersen ab. Wir beginnen bei den Zehen, den Repräsentanten für die Sinne, das Wahrnehmen. Wir gehen weiter zu den Ballen und die Wölbung des Fußes und spüren deren Beziehung zu unserer Mitte. Und wir enden damit, dass die Fersen den Boden tastend berührt und jetzt nicht mit einem Willen, der einfach Tatkraft ausdrückt, sondern mit einem Willen, der das vorangegangene, das fühlende Wahrnehmen in sich aufgenommen hat und dadurch auch eine Wahrnehmungskraft in sich hat. Beim Rückwärtsgehen heben Sie zuerst die Ferse, wandern im Fuß nach vorne und erst zum Schluss beim Abheben der Zehen beenden Sie die fühlende Wahrnehmung des Bodens. Nach hinten langsam und beim Aufsetzen rollen Sie den Fuß ganz normal von den Zehen zu den Fersen ab. Achten Sie aber auf zwei Dinge. Wenn Sie die Ferse senken, gehen Sie nicht nach unten, sondern innerlich in die Höhe. Dann fallen Sie nicht nach hinten in den Schritt, sondern richten sich im Gegenteil auf. Und Sie achten darauf, dass Sie beim Rückwärtsgehen sich nicht zurückziehen von der Welt, sondern dass vom Herzen aus der Kontakt nach vorne bleibt. Sie gehen rückwärts, aber Sie bleiben präsent. Wenn Sie das Bein nach hinten bringen, den Bodentasten berühren, langsam abrollen, sich aufrichten, gleichzeitig am vorderen Fuß langsam beugen und nach unten gehen. Sie bleiben in der vorderen Säule und gehen wie in einem Aufzug aus Kraft nach unten und spüren dort die Verbindung zur Erde. Hinten streckt das Bein, Sie richten sich auf und vorne verbinden Sie sich nach unten. Jetzt geht es darum, den Schritt langsam, ruhig und gleichmäßig zu machen, dass jede Phase etwa die gleiche Zeit bekommt. Und wenn man jetzt physisch denkt, denkt man sofort, oh, wie halte ich mein Gleichgewicht? Und der Körper macht das instinktiv, dafür zu sorgen, ohne dass man es merkt. Er rollt vielleicht ganz langsam den Fuß ab und jetzt kommt die instabile Phase und schwupp ist er vorne und dann ganz unschuldig rollt er wieder langsam ab, ganz ruhig. Er hebt die Ferse, schon ist er vorne, wartet und rollt ab. Hochkommen, bewegen, abrollen. Tragen Sie den Fuß also langsam nach vorne. Geben Sie jeder Phase gleich viel Zeit. Zählen Sie eins, zwei, drei. Machen Sie sich auch zunutze, dass jede dieser drei Phasen in sich wieder drei Phasen hat. Dann können Sie zählen eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass ich jetzt in der Übergangsphase, in der vierten Phase, wo beide Beine ruhig auf dem Boden stehen, nicht gezählt habe. Dies ist eine Phase, die nimmt sich raus aus diesem normalen Ablauf, die ist zeitlos. Das kann dauern, das nach unten spüren oder es kann wie ein Imnu geschehen, das loslassen und bereit sein für den nächsten Schritt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020